Willkommen zurück bei Nino Kuni, liebe Freunde, wo heute Filz Albtraum auf dem Programm steht. Ja, diese fiese Monster-Moped-Schildkröten-Imitation, die da vorne rum barbert, das ist Filz Albtraum ohne jeden Ehrgeiz. Ja, und wir testen jetzt einfach mal aus, was der Gute kann. Wir bleiben bei unserer Taktik, Olli heilt, der Rest klopft ruf und wir gucken erstmal, was er kann. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir gucken mal. Okay, eventuell, was ist Furor? Ich weiß es nicht. Macht Furor Schaden oder bufft er sich? Ich glaube, er bufft sich damit. Von daher, oh, da kriegt der Esther mit Lavke den ersten Hit schon reingeknödelt. Da heile ich direkt mal dagegen. Wir machen weiter Attacke. Oh, Hunter, da ist aber einen schönen Doppelzwing bekommen. So, jetzt kriege ich Schaden. Da verteidige ich alle. Schauriger Schauer, das klingt so, als ob es wieder auf alle geht. Ich weiß es ja nicht, aber es sieht so aus. Olli hat geblockt. Nein, er geht aus dem Block wieder raus und kassiert den Schaden trotzdem. Ah, das ist nicht so schön. Da muss ich natürlich Sven heilen. Esther kriegt auch Schaden. Da muss ich natürlich direkt noch eine uiuiui lindernde Hand hinterher. Äh, Esther ist tot. Da kam die lindernde Hand nicht mehr durch. Jetzt kriegt Gunter aufs Maul. Alter Schwede, wie soll ich denn das heilen? Ähm, hallo? Oh man, schauriger Schauer. So, ich hab mich und alle verteidigt. Mal gucken, ob ich das heilen kann. Alter, der knüppelt aber ganz schöne Kellen rein. So, Doppelfehlschlag. Das ist okay. Jetzt kann ich zaubern. Lindernde Hände. Auf. Ihmchen, ja. Gunter ist tot. Ähm, ich weiß natürlich nicht, Seppo könnte eventuell. Pass mal auf, ich nehm mal Seppo, Mann. Seppo, Seppo, Seppo. Alter, hier, nehm mal hier. Alter. Äh, genau. Morgensonne. Wir machen Morgensonne. Ich weiß nicht, was Morgensonne ist. Ist es ein Heilsauber oder macht Schaden? Ich weiß es nicht. Ne, es heilt alle. Das ist natürlich nicht so clever gewesen. Ich hab gehofft, dass das ein, äh, Schadensauber ist. Okay, müssen wir uns merken. Seppo hat als Ulti einen Heilspruch. Das ist natürlich nicht so schön. Ich, ach, Gunter lebt ja noch. Ich hätte einfach runternehmen sollen. Ich dödel, Depp. Na, der Kampf läuft natürlich nicht gut. Wie gesagt, ich glaub, ich wär den auch nochmal Neustart. Alter Schwede. Wenn der reinknödelt mit seinem Doppelhit. Äh, ey, wie soll ich das heilen? Das kann ich nicht heilen. Alter Schwede. Guckt euch das jetzt an. 49 mit der Doppelswing-Kombo. Äh, das, 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 sprachlos. Alter, da komm ich doch nie hinterher. Ja, dass der jetzt überlebt hat, war doch pures Glück, weil der auf mich gewechselt ist. Äh, dann geht, nee, also, bin ja ein bisschen sprachlos. Ich überlege gerade, wie man gegen den kämpfen soll. Das Einzige, was mir einfällt, dass ich die Aggro permanent auf mich ziehe, dass meine Pets die Aggro nicht bekommen. Dann könnte ich dagegen heilen. Das heißt, ich teste mal, ob ich hier mitkasten muss. Äh, was macht denn wie viel Schaden? Feuerball, wie viel Schaden macht der denn? 34 nicht effektiv. Dann haben wir noch eine Eiskälte. Äh, 45 macht auch nicht super viel Schaden. Ja, genau, so stelle ich mir das vor. Ich muss den kiten. Dann können nämlich meine Kollegen draufknattern. 63, ja, das macht ja schon alles mehr Schaden. Aber so effektiv ist es noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Eiskälte Schockwelle, Lichtpfeil. Lichtpfeil klingt gut. Was ist das denn? Alter, ja, das ist natürlich, das ist eine Hausnummer. Ja, komm, hau mich mal um. Ich muss mit Schaden machen. Ich muss die Aggro haben. Äh, die Heal-Aggro allein reicht nicht aus. Das haben wir ja probiert. Da kriegen dann meine Pets nämlich noch einen reingeknödelt. Ich muss mit Lichtpfeil mit draufkasten. Alter, guckt euch das an. Einfach seine Doppel-Hits-Kombo mit links-rechts. Das ist ja wie Klitschko. Meine Fresse, Manometer, ist das ein Albtraum-Moppet? So, hau mich mal um. Entschuldigung, Mama. Ja, das ist... Das Ding ist echt finster und brutal. Also, wie gesagt, da bleibt ja wirklich nur... ...die Möglichkeit des Kittens. Und ich hoffe, dass ich die Aggro halt behalten kann und dass mein Mana reicht. Wie gesagt, da müssen wir ja ganz kurz dann nochmal neu starten. Wir haben ja zum Glück... Äh, ja, möchte ich einmal zurück. Wir haben ja direkt hervorgespeichert in Motorville. Hinweiser Voraussicht, dass uns sowas eventuell hier passieren könnte. Aber dass der wirklich so gute Kellen austeilt, noch nicht mal mit seinen Special-Angriffen, sondern mit den ganz normalen... ...damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Naja, man lernt nie aus. So, Phipps und Philipp, laden wir einfach mal. Na, ein bisschen schade, dass wir jetzt tatsächlich nochmal neu laden müssen, aber... ...naja, bleibt nicht aus. Aber wie gesagt, habe ich echt nicht mit gerechnet. Wie gesagt, die Ultis oder die Specials, wenn man die nicht blockt, kann ich ja verstehen. Aber das sind die normalen Hits, die so reinkeulen bei ihm. Naja, Phil, so, bla bla bla, das hatten wir ja schon. Dann überspringen wir einfach mal. Und dann mache ich direkt mit Angriff. Kann ich da überspringen? Ja, kann ich. So, wunderbar. Und dann geht's direkt auch wieder los. Und ich caste jetzt einfach mit drauf, mit dem Lichtpfeil. Wollen wir ihn dann? Da, Lichtpfeil. Komm auf mich. Komm auf mich. Und ich möchte weiter Licht fallen. Ich möchte dir jetzt so viel Schaden reinknattern, dass du nur was von mir willst. Und die anderen werden einfach mal ein bisschen, ja, hinten dran stehen. Und ich werde euch kiten. Äh, besser gesagt, ich werde ihn kiten. Und dann hoffen wir doch mal, dass das klappt. Wie gesagt, ich habe jetzt ja, denke ich mal, schon gut Bedrohungen aufgebaut. Lass meine Freunde in Ruhe. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Wie gesagt, dann muss ich wahrscheinlich gar nicht viel heilen in dem Kampf. Das ist vielleicht der Trick dabei. Sondern ich muss einfach nur börsten und die anderen können von hinten schön draufhauen. Und wie gesagt, den, äh, schauriger Schauer alle und mich verteidigen. Das machen wir fix. Eventuell gibt es ja dann goldene Kugeln, die ich dann mit Gunther reinknattern kann. Schauer einfach mal. So, Triple Fehlschlag. Ich möchte weg. Nicht, dass er mich haut. Das wäre natürlich fatal, weil der haut natürlich richtig gut raus. Alter, ich muss weg. So, und ihr macht weiter Schaden. Attacke. Und ich hole mir da hinten mal derweil die ganzen Kügelchen. Ich hoffe, die diespawnen jetzt in der Zeit nicht. Leben, Mana, alles bekommen. So. Furor, er bufft sich. Ja, das kann er machen. Ich heile. Denn ich heile nicht. Ich mache Schaden. So, so sieht es aus. Völlig verstörendes Gameplay für mich. Ja, wir knattern einfach mal weiter die Lichtpfeile rein. Ich darf die Agro nicht verlieren, denn sonst muss ich heilen. Das wäre nicht so schön. Ich will nämlich einfach meine Pets dadurch schützen, wenn ich die Agro habe und kite. Oh, geh weg. Geh weg von mir. So, ihr macht Schaden. Go, go. Ich kite ihn mal wieder durch meine Pets. Alle verteidigen mich verteidigen. So, das sieht gut aus. Da haben wir wieder geblockt. Triple Block, so wie es aussieht. Ja, das war schön. Oh, goldene Kugeln on mass. Goldene Kugeln on mass. Ich muss mir jetzt eine holen. So, und mach direkt ein Flammenherz. Nein, ich hoffe, der haut mich nicht. Ich hoffe, der, Alter, der haut mich natürlich. Gibt ja mir Tiernamen. Aber wie er mir reincoilt. Alter Schwede. So, wie viel Schaden mache ich? 354. Ich muss weg. Ich kriege einen sanften Schimmer. Das ist super. Ich muss weg. Jetzt mache ich ihm das Flammenherz. Auf Entfernung. Komm, wir knattern noch einen rein. Hau mich nicht. Ich war, glaube ich, schneller als er. Gut, dass Niki mich geheilt hat. Ambitioniertes Gameplay von meinen Mitspieler-Pets. Das ist eine super Sache an der Stelle. Und wir knattern noch mal drauf los. Das war auch nicht falsch. Und weiter Angriff. So. Mein Mana sieht nicht schön aus. Aber wir gucken mal, ob wir es schaffen. Schauriger Schauer. Nein, 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 nein. Ich muss mich verteidigen. Alle müssen verteidigen. Ich glaube, ich habe Triple geblockt. Das war gerade noch just in time. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, da haben wir wieder geblockt. Da gibt es auch Mana. Ich muss zaubern. Äh, ein Lichtpfeil. Genau. So, ich möchte nämlich die Agro behalten. Ihr macht weiter Attacke. Go, go. Gibt es ihm dreckig. Es sieht gut aus. Wir haben fast das Viertel erreicht. Also nur noch ein Viertel übrig. Ich muss weiter zaubern, damit ich die Agro behalte. Alter, geh weg. Und ich muss verteidigen. Alle. Das hat, glaube ich, noch geklappt. Ich habe die Ausrufezeichen bei meinen Pets gesehen. Ich konnte auch noch in den Block. Das ist ein Triple-Block. Oh, da kriegt Nike den Plan. Ich weiß es nicht. Ja, Nike kriegt ihn, aber egal. Egal. Noch geht es. Noch geht es. Ich kann noch mal einen Zauber reinknattern. Ein Lichtpfeil. Das machen wir an der Stelle auch. Zack, dann ist der Lichtpfeil drin. Ich brauche Mana. Mana wäre schön. Ich brauche Proviant. Moment, was habe ich hier? Eiskaffee ist zu wenig. Wir nehmen den Cappuccino. Das ist zu wenig. Ach, ich nehme jetzt den Espresso. Es muss sein. Es ist teuer. Ich brauche das Mana. Ich muss weiter Lichtpfeil casten. So, Zauber. Lichtpfeil. Und hinein. Und die anderen sollen bitte weiter angreifen. Die anderen greifen einfach bitte weiter an. Und machen Druck. Ich darf die Ergung nicht verlieren. Wenn ich sie verliere, sind meine Pets tot. Ach so. Aber ich kann schauriger Schauer. Ich verteidige alle Verteidigen. Ich hoffe, keiner stirbt. Denn ich glaube, Sven war schon ziemlich low. Den wollte ich gerade eigentlich heilen. Nein, Nike kriegt den Schaden. Nike kriegt den Schaden. Lebt sie noch? Sie lebt aber noch. Oh, da ist eine goldene Kugel. Ich wirke eine lindernde Hand erstmal auf Nike. Gibt ja dann auch Heal-Aggro. Ach, sie hat sich selbst gehalten. Alter, das war nicht gut. Ich will zur goldenen Kugel, die hier hinten ist. Alter, nimm sie. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Nimm sie. Und jetzt möchte ich das Flammenherz machen. Ich hoffe, der haut mich in der Zwischenzeit nicht. Wir können schneller. Danke. Ui, war das knapp. So, wir knattern jetzt das Flammenherz durch. Wir müssten eigentlich jetzt einen ziemlich großen Aggro-Vorschung haben. 334. Er kann ja nicht mehr allzu viel haben. Alle Pads sind voll. Er wirkt nochmal einen schaurigen Schauer. Ich muss alle verteidigen. Ich hab mich verteidigt. Ich weiß nicht, ob ich die anderen so schnell noch einen Block gekriegt habe. Äh, Heia sieht gut aus. Die Nike eher weniger. Nein, beide kriegen den Schaden. Egal. Allgemeine Abwehr. Ich möchte allgemein angreifen. So, und jetzt weiter Licht fallen. Zack, zack. Attaché, Attaché. Aber so wichtig, bis die Schwarte kracht, liebe Freunde. Oh, nee, da bin ich zu nah dran. Da muss ich erstmal ein Stück weg. Mach mal irgendwas. Er portet sich. Er macht Furor. Furor ist mir egal. Das ist ein komischer Buff. Den kann er machen. Ich mach Licht fallen. Und mach Angriff. So, knatter die Num. Knatter die Num, liebe Freunde. Der kann doch nix. Er ist doch schon fast tot quasi. Der geht doch schon auf den Brustwarzen. Und da geht er down. Jawohl. Zwar mit einer anderen Taktik. Aber die auch funktioniert. Nicht mich als Heiler, sondern mich als D-Dayler. Und ich muss den nicht heilen. Ja. Natürlich, äh. Ein Try hat's gebraucht, um das rauszufinden. Und ein ziemlich teures Consumable mit dem Mana-Trank rausgebrutzelt. Naja. Naja. Aber er ist down. Und, äh. Alle bis auf Gunther. Level up. Auch nicht falsch. 2.800 Erfahrung. Oli hat Stufe 39 erreichen. Wichtig Stufe 16. Wichtig erlern den Trick. Hitzerritzer. Oh. Das klingt aber irgendwie, äh. Keine Ahnung. Ist der Trick jugendfrei? Man weiß es nicht. Hitzerritzer. Hm. Ja. Achso. Wichtig kann keinen Trick mehr erlernen. Und ich muss, äh. Ach, nee. Ja, pass auf. Ähm. Wichtig kann keinen Trick mehr erlernen. Wähle ein Trick, der ersetzt werden soll. Äh. Ja, dann mach doch mal hier die Feuerschleuder weg. Soll Wichtig den Trick Feuerschleuder vergessen und Hitzerritzer lernen. Ja. Mach mal. Gut. Dann haben wir das auch. Nashi hat 22 erreicht und kann evolutioniert werden. Seppo hat 23 erreicht. Esther 39. Imba 35. Lavke 37. Übernicke 29. Sven 38. Schnurri 36. Haya 31. Ja. Mein Gott. Das lustige Evolutionsspiel hier. So. Und Phil ist anscheinend wieder gesund. Alles ist meine Schuld. Ach Gott. Der Junge ist immer noch brokenhearted. So. Was braucht er denn? Nein. Ich hasse dich. Nicht etwa ein Unfall. So. Ach ja. Der macht sich Vorwürfe, dass hier Ollis Mama mit seinem Auto umgekommen ist. Aber genauso. Darf man ja nicht denken. Es hätte immer uns jederzeit passieren können. Ja. Was braucht er denn? Er braucht bestimmt wieder irgendwie eine neue Zutat. Was? Ganz schön fies der Möp. Hm. Ja, wir müssen den irgendwie heilen. Aber die Frage ist, was dem Guten entfällt. Ach Gott. Jetzt kann Olli nämlich was von sich selber. Dem Guten, äh. Ehrgeiz. Ja, dann kann ich Ehrgeiz von mir abzapfen und dem Guten, äh. Dings hier einflößen. Den guten Phil. Machen wir mal Herzempfang. Dann haben wir auch Ehrgeiz. Äh, Ehrgeiz, ne? Ehrgeiz. So. Zack. Dann haben wir wieder eine neue Zutat hier entdeckt. Und können die auch dem guten Phil hier dann einflößen. So. Zack. Dann gibt's jetzt einmal Ehrgeiz. Herz schenken. Da. Da haben wir ihn. Und rein damit. Dann haben wir den Guten auch wahrscheinlich schon geheilt. Ja, Mensch. Dann ist der nicht mehr brokenhearted. Und die Ratte da, der gute Phipps, äh, ist auch nicht mehr so in Tröpfchenswelt so mies drauf. Gut. Dream your dream quasi. Äh, nee. Live your dream. So rum. Olli. Phil. Na gut, den haben wir ja wieder heile gemacht. Und er wird der beste Auto-Ingenieur. Sollte sich nur nicht in Bochum ansiedeln. Gut, dann können wir ja zurück. Wieder ein Leben und eine Zukunft gerettet. Ja, wie gesagt, wir können uns auch selber nehmen, wenn das halt tatsächlich passt. Achso. Pia. Okay, warum hat die auf mich gewartet? Okay, die sehen die ja natürlich wieder nicht. Okay. Okay. Was will sie mir denn sagen? Ja, ich denke mal, dass ich schon damit irgendwie wohl fertig werde. Hä? Sehr kryptisch. Das war jetzt ja mehr Rätsel als, äh, Aussage. Na gut, dann, äh, zurück nach Katzbuckel. Da brauche ich ja dann einmal ganz kurz hier mein lustiges Portal. Mach fettisch. Achso, durch die ganzen Level-Ups habe ich natürlich auch wieder volles Leben und Mana. Das ist natürlich super praktisch. Ach, und ich kann ja mal gucken. Ich, äh, ich konnte ja auch jetzt, äh, hier neue Pads und so evolutionieren. Mal gucken. So. Äh, was war das denn? Was wollte der denn haben? Äh. Äh, äh, Ehrgeiz? Naja, gut. Dann gibt es natürlich hier auch neue Quests direkt mit Ehrgeiz. Äh, aber hier gibt es kein neues Ehrgeiz zu kaufen oder abzuzapfen. Naja, schade eigentlich. So, äh, hier mit ganze fünf Gulden. Der ist ja mächtig. Ähm. Wen konnte ich evolutionieren? Ich konnte Nashi evolutionieren. Was kann die denn? Gegenwinden könnte sie auf 23. Aber sie hat sowieso... Oh ja, doch, sie hat einen relativ gutenmagischen Angriff, sehe ich gerade. Müsste ich noch ein Level warten. Dann könnte ich Nashi evolutionieren. Und die anderen müssen natürlich in der Zeit erstmal mitleveln. Dass ich die mal wieder ein bisschen tauschen kann. So, wo war denn hier die Treppe nach oben? Ich glaube, hier war das. Dann können wir mal uns den guten Fips schnappen. Den Fips Asmussen. Und den nochmal hier zur Rede stellen. So, komm her, du Maus. Ah ja, so. Sie ist wieder heile und, äh... Ich möchte jetzt bitte mein Holz zurück. Ah ja. Dieses Stück Holz da, das war ich. Ich hab's gestohlen. Ja gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Dann gib dem mal das Geld zurück. Äh, und wir nehmen dann den Gegenstand. Und alle sind glücklich. Ich erhalte mein heiliges Stück Holz. Das ist toll. Naja, der war ja broken hearted. Das haben wir ja alles kuriert mit seinem Seelenverwandten in Motorwell. Und, äh, dann ist jetzt der gute Fips auch wieder heile. Und wird vielleicht eine Mustermaus werden. Ein Vorbild für die ganze Mäusewelt. Himmelsfeger. Gott, oh Gott. Ja, der Ingenieur hier. Gut. Ja, dann bauen wir deinen Himmelsfeger. Klingt irgendwie wie so ein Zauberbesen. Dann sind wir hier wirklich, äh, Harry Potter. Dann fehlt ja nur noch hier die Quidditch-Weltmeisterschaft. Ähm, ach, hier ist ja der Waffenladen. Hier will ich ja gar nicht sein. Ich hab gedacht, ich könnte jetzt mal nochmal kurz an die, ähm, Anzeigentafel. Äh, wo ist die denn hier? Äh, genau gegenüber. Und mal gucken, ob es neue Quests gibt. Denn jetzt, wo wir Ehrgeiz haben, können wir natürlich bestimmt auch ganz vielen Leuten wieder Ehrgeiz eintrichtern. Und natürlich auch abzapfen. So, wo ist denn hier die Bude? Ach, da oben. Einmal schön den Gartenweg hier hoch. Oder mal kurz nach rein. Ja, und ich glaub, bevor wir jetzt zu König Tom aufbrechen, was ja das ursprüngliche Ziel war, wovon wir ja nur abgehalten worden sind, weil die komische Maus unser Stück Holz geklaut hat. Oh ja, ganz viele neue. Na super. Äh, neue Monsterjärten. Wollte ich sagen, können wir uns ja eventuell nochmal in eine höhere Stadt teleportieren. Und da ein paar Malertränke kaufen. Die werden ja doch ein bisschen knapp. Denn, äh, hier in diesem Cup gibt's ja nur die ganz kleinen und ich glaub, das mach ich auch mal. So, wir sind in Gatsbuckel und ich möchte bitte nach, ähm, Perdida. Genau, Perdida ist gut, das war ja eine ziemlich hohe Stadt. Da können wir dann gucken, ob wir einfach nochmal fix ein paar Malertränke kaufen. Ich hab nämlich keine Lust, irgendwann mit heruntergelassenen Hosen da zu stehen. Und keine Malertränke mehr zu haben. Denn, wie man sieht, braucht man die ja doch des Häufigeren, äh, Häufigeren, Öfteren, Öfters, ach, wie auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich möchte kaufen. Ah, hier gibt's nämlich 30. Ah, hier. Cappuccino, 70 Mana-Punkte. Alter, Schwede, ist das teuer. Ähm, schön, ja, schön, schön teuer. Alter, warum ist das hier alles so teuer? Ähm, aber die Gegenstände sind billiger geworden, sehe ich gerade. Äh, wie viele Federn habe ich noch? Fünf. Okay, dann brauche ich hierwann mal, äh, drei, vier, fünf. Ach ja, ich kaufe die ja sowieso immer. Dann, äh, kaufe ich jetzt einfach direkt mal gleich fünf, mach mal fertig. Da habe ich auch 5 Tassen Cappuccino. Kann ja nicht schaden. Und ich habe noch 11k. Das könnte ich, wem könnte ich das denn? Ach so, der hat es. Ähm, ah, das wäre auch für die ganz gut. Gut, das wäre auch für Najee ganz gut. Das hat der Lavke. So, was kann das? Das kann nix. Ach, das wäre für ihn ganz gut. Das hat der Lavke. Ach, das Schild wäre auch nicht falsch. Dann könnte ich ja ein Schildchen kaufen. Äh, ja, mach mal fertig. Kaufen wir mal ein Schild. Möchte ich. Und das kriegst du. Und dann kann ich mal ganz kurz hier rausgehen und gucken. Hallo, ihr, lasst mich gucken, ob ich dem hier das Schild noch geben kann. Oder ob das dasselbe ist. Ach, das ist dasselbe. Ja gut, dann kann ich es natürlich einmal verscherbeln. So, ich möchte verkaufen. Und zwar im Beutel. Wollen wir denn hier was im Beutel? Nix an meinem Beutel. Der Beutel ist leer. Hat Kängurus ausgezogen. Oh, da war es. So, zack. Verkaufen. Und weg damit. Gut, dann sind wir hier fertig. Kann ich hier irgendwas abzapfen? Aber da oben kann ich wieder was abzapfen. Und da unten gibt es auch eine Quest. Äh, ich wollte nicht gerade. Ach, schon wieder der Lama? Ne, ist der andere. Ach, Gott, oh Gott. Was will der denn? Ach, der ist auch kaputt. Broken hearted. Was hat er? Ehrgeiz. Natürlich. Alle brauchen jetzt Ehrgeiz. Ganz frisch auf dem Markt. Ehrgeiz ist jetzt der neue Hit. Oh, Mann. Und hier oben hat ja irgendwas grün geblinkert. Da kann ich vielleicht nochmal Ehrgeiz abzapfen. Alter, das ist echt ein hin und her geredet. Hier, du Kind, gib mir Ehrgeiz. So, was hast du? Gefallen, was hast du? Hupser. Herz empfangen. Irgendwas kann ich empfangen. Ich weiß nicht was. Stand da nicht oder ich habe es so schnell weggedrückt. Was halte ich? Was erhalte ich? Ehrgeiz. Der Mensch. Olé. Dann sind wir hier fertig und können den da vorne direkt an Ehrgeiz einflößen. Und haben hier auch wieder eine Quest. Gemeis dort, während wir einfach Mana-Tränke gekauft haben. Ist ja praktisch. Verflucht praktisch. So. Herz schenken. Ja, und das Ehrgeiz für den anderen muss ich irgendwo anders importieren. Da gab es ja nichts direkt in der Stadt. Schade eigentlich. So, dann ist der geheilt und wir kriegen wieder Stempels. Und was kriegen wir noch? Zwei Fiolen, ein Heilmittel, 1500 Gulden und ja, auch wieder fünf Stempels. Und damit haben wir auch wieder eine Stempelkarte. Fertisch. Ja, ist ja auch nicht falsch. So, zack, reisen. Ich möchte bitte hier weg. War schön hier. Ich möchte zurück nach Katzbuckel. Genau, da waren wir ja stehen geblieben. Wir müssen ja zu König Tom. Mal gucken, was der Tom uns dann jetzt zu sagen hat. So, gehen wir erstmal hier wieder rein. Ja, wir müssen auch irgendwann nochmal diese... Ich habe vergessen, wie diese komischen Olympischen Spiele hier in diesem Spiel hießen. Da haben wir ja auch nur die erste Runde geschafft. Da müssen wir ja irgendwann die andere Runde auch nochmal in Angriff nehmen, ne? Also, das möchte ich ja schon auch zu Ende zocken, bevor ich das Spiel irgendwann durchhabe. Aber ich glaube, an dieser Stelle... Achtung, wir können ja auch mal ein Stückchen nach oben gehen. Aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann auch die Folge und gucken uns im nächsten Part an, was König Tom halt zu sagen hat. Ich habe ja so die Befürchtung, dass das dann auch wieder länger dauert. Und dann überziehe ich wieder so schamlos. Ähm. So, noch ein Stückchen. Ja, komm, hier verabschieden wir uns. Genau, und was König Tom zu sagen hat, wie gesagt, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sag, bis dahin.